Dann, ne doch nicht, doch läuft die Aufnahme wieder, zum zweiten Part, zumindest von dieser Aufnahme, keine Ahnung wieviel der richtige Part ist, ich weiß es. Und jetzt ist auch Counterfight dabei, Herr Weiterschmaß. Echt, ist er da? Nein. Oh du Troll, ach toll. Das ist ja fies. So, ich hoffe ich bin jetzt nicht der vier oder fünf Mal Imposter. Schon früh nicht, wer reingefallen ist. True. Gut, sollen wir noch Polos lassen oder habt ihr von Polos schon genug? Ja, lassen wir haben Polos. Gut. Okay. Achso, ich muss ja wieder, stopp, ich... Wir sind nicht genug von Polos. Moment, ich muss jetzt ja, Hilfe. Hilfe? Sind jetzt die Einstellungen von vorhin? Hilfe, Hilfe. Ja doch, okay, der hat's gespeichert, der hat's gespeichert, wir haben 20, 20, 10, ja dann, dann passt der schon so. Rollen gibt's jetzt wieder weniger und wir gucken mal, was passiert, vor Robjo anfängt zu singen. So, genau, also wir haben jetzt eingestellt, dass die Rollen weniger verteilt werden. Deswegen ist es jetzt deutlich unwahrscheinlich eine Rolle zu bekommen. Siehste? Jetzt gibt's auch wieder ganz normale Menschen hier. So. Aber dann hatten wir im letzten Part, haben wir dann ja alle Rollen mal kennengelernt. Und, genau. Damit haben wir in dem Part schon erfüllt, dass wir alle neuen Rollen mal gezeigt haben. So. Was musste man hier machen? Das da, okay. Ich muss in den... Spezi-Spezi-Raum. Jetzt hat Robjo das Lied angefangen, na? Jetzt hab ich's im Kopf. Wie schön, dass du geboren bist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Blatt, Kristall, Piratenschädel, Diamant. Oh, wir kommen, wir gehen zur anderen Seite wieder raus. Nur wenn man von links kommt, kann man trotzdem mal wieder nach links gehen. Das ist ja erstmal nicht verkehrt. Und wenn woanders keine Quests sind. Und es ist erst recht sinnvoll. Soll schon jemand tot? Lass mal gucken. Jo. Reggie ist tot. Alles klar. Dum, 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 dum. Wer ist dort? Der Reggie ist tot, genau. Oh, den hab ich vor kurzem noch gesehen, als ich mich gescannt hab und dann zurückgelaufen bin. Und dann war er noch über dem Specimen... Nee, er war hier über dem... Der Task, wo du die Hitze einstellst. Dann bin ich dann links zu Electrical, um die Lichter zu fixen. Und irgendwann danach hast du den reported. Wo liegt er denn genau? Reggie liegt vor dem Task, wo man die Hitze einstellt. Tot rum. Oh, interesting. Also er hat es nicht weiter weggeschafft, hat es genau diese Stelle. Aber es gibt zwei Stellen, wo man das macht. Bei, ja, also die links neben dem Metzgern, also er war noch in diesem Raum. Okay. Ja, weil das ist das, was man runterstellt. Ja, wobei, okay, stimmt nicht. Ich bin ein bisschen links vom Laboratorio, aber auf jeden Fall drin. Oder es gibt doch oben dieses Temperaturing und bei diesem Lava sind es diese Temperaturing. Okay, ich erklär mal genauer, wo ich bin. Ihr wisst doch, wo dieser Bohrer ist, ne? Ja. Genau, südlich davon, also noch innerhalb des Gebäudes auf jeden Fall. Okay. Warum hast denn du die Lights nicht gefixt? Weil du davor standest und ich dachte, du machst das schon. Ich bin lieber zur Security-Kamera gegangen. Auf der Security-Kamera hab ich gesehen, dass Reggie tot war. Und dann hast du was gemacht? Hast du zur Leiche gelaufen oder hast du den Knopf gedrückt? Ich bin zur Leiche gelaufen und hab Reggie reportet. Ah, okay, okay, verstehe. Hallo, Counter, wir sind gerade in der Runde. Hi. Wow. Ist er jetzt wirklich da? Ja. Ja, ey, vorhin habt ihr mich getrollt von wegen Counter ist jetzt da. Ich freu mich schon. Hab ich ja gerade... Ich sage offiziell, ich weiß es nicht und skip. Äh, ja, sorry. Ja, also die einzige Person, die ich genau zwei Sekunden lang gesehen hab, war Nico. So, und das war's. Oh, Conan hat geredet, dann ist es. Also, ich hab Conan gesehen, wie er bei dir... Das kannst du gleich sagen, wenn du wieder dabei bist. Ja, schade. Erwischt. Ich spreche mit Reggie und sage, dass Counter mich getrottet hat. Ja, genau. Ja. So, aber schön, dass er da ist. Ja. Sorry, bin ich gemütet. Prima. Dann sind wir ja zu siebt, zumindest schon mal. Oh, wow. Was ein Durchgang. Das war ja, das war ja komplett durch. Ah, das Benni Boy, der gerade hier rein ist, nachdem es zugegangen ist. Ja, jetzt hab ich ne... Ah, jetzt hab ich da oben plötzlich was. Das war davor nicht, oder? Ach, komm, wenn ich unten rum... Ist mir zu doof. Hier mit den ganzen Türen. Ach so, das hat sich wahrscheinlich jetzt durch das Öffnen. Ja, ja, ja. Ähm. Ja, also, ich hab zuerst Benni aus dem... Mach ich halt nicht meine Tasks fertig. Ich hab Benni aus dem Wend springen sehen und dann hab ich Benni sich verkleiden sehen. Oder beziehungsweise sich unsichtbar machen sehen. Okay. Vor meinen Augen. Benni, magst du was dazu sagen? Äh, ja, es stimmt alles. Was er gesagt hat. Okay. 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 Ja, gut. Ähm, hast du ausprobiert, was die Knöpfe machen, oder was war da los? Nein. Ich hab keine Ahnung, warum er dann killt war. Aber du hast auch... Ach, du wolltest mich killen. Okay, verstehe. Also, wenn ich das gesehen hätte in den Kameras, hätte ich einfach weitergespielt. Okay, verstehe. Ja, also, er wollte mich killen und hat ausgesehen auf Benni gedruckt. Dann hast du auch gerade hinter dir die Türen zugemacht, Benni, oder? Nee, die hab ich direkt, äh, als Jogisch-Stattel. Geil. Ah, okay. Gut, ja, Count ist dabei. Äh, du musst einstellen, äh, Europa. Und der letzte Code, Europa? Ich hab's in Asien. Nicht mehr in Asien. Nee, es ist Europa. Das waren wir in Asien. In Asien hatten scheiß Bäh. Sehr schön. Ja, und mittlerweile ist Europa zwar auch nicht mehr überlassen. Aber bleiben jetzt bei einem Imposter, da brauchen wir dann drei. Äh, drei. Nee, einer, einer rein, glaube ich. Ja, drei. Gut. Ja, dann würde ich auch ganz direkt losgehen. Äh, Counter, kennst du die neuen Rollen schon? Nö. Sehr gut. Es gibt für den Imposter Phantom, das kann es nicht unsichtbar machen. Für einen kurzen Zeitraum ist relativ schnell erklärt, das kann es unsichtbar machen und halt nicht. Du kannst allerdings, wenn du unsichtbar bist, habe ich vorhin festgestellt, nicht töten. Das war nicht so gut. Dann habe ich jetzt gerade auch festgestellt. Ja, ich habe es doch vorhin gesagt. Einen neuen Imposter, der einen Alarm auslöst, wenn er stirbt, dann sieht man auf der Map kurz, wo die Leiche liegt. Richtig. Genau. Und wenn du den Track an den Personen ranbringst, siehst du auf der Karte, wo die Person sich aufhält. Eben für den Zeitraum. Okay. Genau. Das sind im Prinzip die drei neuen Rollen gewesen. Dann schauen wir mal, was passiert. So, dann läuft die Aufnahme. Sehr gut. Okay. Okay. Chromate. Und... Chromate. Da haben wir doch direkt die Geschichte hier. Da muss man irgendwie so weg... Ah ja, jetzt muss man einfach wegklicken. Na genau. Zack. Dann da hinten gleich... Das Labor. Gerät, Dingens. Scanner. Da läuft Nico rum. Okay. Ja gut, wir sind eh gerade oben. Und hier oben haben wir schon nichts mehr. Doch, bei Electrical haben wir was zu tun. Da müsste jetzt Nico... Okay, da steht Nico zusammen mit Ben... Ja, okay. Communications ist das nächste. Dann gehen wir da doch gleich mal hin. Hallo Rob-Ju. Jetzt läuft es, ne? Jetzt muss ich warten. Richtig? Ach nee, Return in 50. Okay. Dann gehen wir da rein. Da sind wir wieder Kabel. Ich wollte gerade sagen, warum geht der weg? Warum geht der weg? Der Conan ist tot. Oh nein. Endlich. Ich glaube, dass... Schade. Ich glaube, dass der Gras, Reggie, weggelaufen ist. Wo ist er denn? Unten in der Mitte. Da muss es ein Schäfwäfer sein. Wo war der denn? Ja genau. Das weiß ich halt auch nicht. Wie heißt die Karte da noch mal? Du kannst Tap Tap damit, denn siß das wo du bist. Ach so, ja. Ich bin zwischen Reapons und Admin. Also unten in der Mitte, verstehe. Ich war im Specimen Room. Wahrscheinlich war es ein Shafshifter. Ähm... Wo bist du im Specimen Room? ich bin links benni hat er hat so er hat es besser wenn rum gesehen ich war nicht unten also gerade daher sind die weißen also habe ich auch nur gesehen ja ich kann gerade von oben rein aber ich war gerade auf dem weg nach also ich bin auf der map gerade ganz oben im specimen rum ich habe nur gesehen dass benni aus der richtung kommt deswegen dachte ich ja war drin gewesen aber gut okay aber gut wenn du nicht drin warst dann kann regis geschichte theoretisch dann mehr okay gut sorry also wurden gekocht ach so geht er gar nicht ja genau ist nico eigentlich noch da ja ich bin gerade im boiler room fight war da vorher auch und ist dann wahrscheinlich von da da unten hingegangen also ich habe ich habe gesehen nico ich habe ich kann das schreiben jetzt eine mentale notiz genommen dass reggie gesehen wurde oder zumindest jemand der so aussieht und drückt kommt mein drei meint bestimmt hat ich von seiner leiche weggelaufen bin ohne gesehen zu haben was würde ich machen so hat es erst gewirkt ja korrekt das hast du gut erkannt so wir wollten hier weitermachen schön dann haben wir hier noch und da drüben noch und das warst du noch schon wieder sick aber da sitzt regina verfolgt ihr noch mal ein bisschen was ich mache hier haunt und dann kann ich hier über die verfolgen ach scheiße guck mal okay sorry ich habe gespoilert ja tschüss benni wobei xean 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 wird es wahrscheinlich sehen ja geht das ist ein bisschen doof dass man da direkt das da unten dann sieht das ist ein bisschen ungünstig muss ich mal daran denken dass ich das nicht nicht den ich die ganze zeit dann nutze so soll es ja nicht sein dann ruft schon vorbei also ich habe bei weitels gecheckt dann ist der rot geworden der fall die anzeige runter nach links kommt mir reggie entgegen ich glaube weiter in die richtung bei weapons und atmen da liegt eine leiche ja ich glaube ich glaube er hätte ich glaube er hätte sie sehen können vielleicht hat er sie nicht gesehen ob er post ist kann ich natürlich nicht genau sagen ja nicht spannend dass ich nicht die dinge die ich gesehen habe dass ich nicht gesehen aber ich bin da gerade durchgelaufen ich habe auch reggie gesehen aber ich habe nicht ich habe dich und feit nicht gesehen also das muss wir müssen uns knapp verpasst haben ob es kann durchaus sein weil ich derzeit 15 sekunden oder so ein auto und habe die auto kann es dann neu aufgefüllt ja der kill ist erst vor 30 und jetzt er ist sehr sehr frisch nach dem rot gesehen habe bin ich losgelaufen entgegen ich würde jetzt ehrlich gesagt weil das jetzt das zweite mal ist das recht in der nähe von einem kill gesehen wurde tatsächlich ihn boten weil ich auch weiß dass ich nur ein task habe und wir gegebenenfalls gleich auch über tasten wenn ja und man machen nico wie geht es dir so ja ganz gut ist ja noch um zu voten sehr gut ich habe gehofft dass darüber gelaufen bist um mich zu verarschen ich will sowas machen ich habe gesagt auch einfach nichts mehr okay okay das war tatsächlich wirklich in versehen wie ich habe gesagt ich bin scheiße poster und ja ich konnte ich konnte nicht nicht sagen es tut mir leid ja ich habe keine richtige gelegenheit gehabt weil also wenn die ganze bei mir aber wenn ich ihn kille dann wäre das halt wie ganz hast deswegen war ja alles auch über den weg kommt dann will ich ihn und es kommen 30 und später jemand alles überweg deswegen bin ich schon einmal um port gelaufen um von oben jetzt was wir in rum rein zu gucken und cool um zu gucken ob ihr beide noch lebt ich ging davon aus dass es ein best wird kill ist weil die leiste fast voll war erfolgt sehr dass du das gesagt hast ich habe kurz vorher noch in atmen geguckt da war doch keiner in deswegen habe ich gesagt dass ich da bin als marz dieses lange war aber schon sehr verräterisch leider ja ich fand die antwort auch gerade gut genug so wir sind nett ich weiß dass es reiches war in der runde 1 war ich mir aber noch nicht sicher also normalerweise bisher habe ich immer gewusst wenn du imposter warst dies war meistens zu 70 prozent sicher konnten sagt gar nichts ich habe gerade kubus vervollständigt das stimmt die scheiß plus muss ich einstellen danke wo war das das macht doch erst einmal fertig ist ne frech weil ein mensch bei der garderobe anstellt ist mir egal wir kommen weiter machen ja der garderobe also wardrobe ja da wo ich stehe wo ich stehe ihrer kosmik ich habe um die fünf ich habe jetzt trinkt voll mir voll und auf der switch oder wo ich das vielleicht gespielt heute ich habe alle vier voll die ich habe ich habe wieder platt von die among us glaube ich also kann ich gerade eh keinen neuen mehr machen ja ok ne auf dem handy habe ich nicht ich habe snowbeam voll polos mirra snack gefühl ich bin jetzt gerade beim guardian aber ich habe gerade so süße hütchen mit mit augen wo sind die die wirklich wirklich aufsetzen ich kenne nur lamas natürlich ach hier sind cool so ok seid ihr soweit moment noch kurz so cool ist es jetzt auch nicht muss ich sagen kann losgebrochen mag mal fans an als klar und los meine dusche ganz normale runde ok gehen wir gleich hier auf die auf die fläche das ist jetzt ganz anders als vorhin da muss ich richtig oft um die ecke gehen so klicken wir wieder ganz oft in die mitte von den feldern aber das ist ja oben da der stabilizer ist hier oben schön gut ich muss jeder drüben was man da kann ich auch kurz rüber gucken ob irgendwas passiert ist wo irgendjemand tot oder sowas ja war jemand von euch jetzt beim linken stabilizer von dem was man ausschalten sollte ja ich war du allein was ich glaube schon ja weil jetzt liegt nico da ich war da nicht ich war da nicht ich dachte auch dass das nico gestorben ist und war verwirrt weil ich nämlich mit nico liegt da nicht nico ich war jedes mal blau nach den runden wurde ich immer automatisch blau und dann war feit jetzt einfach auch ständig okay ich habe auf die farbe nur geguckt dann liegt feiter sorry 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 also jedenfalls ich wollte damit meine einstiegsfrage nur sagen auf der linken seite liegt liegt nico und also ich glaube ich glaube da war keine außer dort ja ich war es nicht ich wollte zum seismic laufen ich wollte zum seismic laufen und da kam mir nico entgegen das fand ich irgendwie sass und dann habe ich ihn die ganze zeit verfolgt aber das also im unkarschluss würde das bedeuten dass nico es nicht war okay wo kam die nico entgegen ich habe ja rechts mit denen den seismodings gemacht und dann wollte ich eben schauen ob links was passiert ist und es ist tatsächlich was passiert also wenn ich im poster wäre hätte ich aber feit auch gekillt war ja meine farbe also ich finde wer immerhin gekillt hat ihre ihre auf jeden fall net von mir ja also kriegen wir auf jeden fall so nicht raus kriegen wir auf jeden fall so nicht raus gut wählt mal kommen raus dann kann er mir reden im video jedenfalls jedenfalls nico kam mir entgegen bei communications aber das war gerade erst das war gerade erst als heißt wir gecallt wurde also ich vermute dass da der du dringst nie oben links ich habe gelogen das ist okay das hat aber keiner gefixt, verstehe wieso, ich wollte gerade sagen, wieso startet Reggie draußen das war ja gerade interessant okay, Xeon ist mit Reggie da reingegangen wir gucken gleich, ob einer von beiden da drinnen tot liegt Reggie ist jetzt hier Xeon ist auch noch hier und Benni macht hier Tasks, okay muss ich da nach ihr, ja ich muss nach hinten sehr schön Interessant jetzt bin ich gespannt ich war bei electrical und hab die lights gefixt dann bin ich nach links rüber gelaufen zu den security kameras da lag da noch keine leiche dann stand ich ungefähr 20 sekunden an den security kameras hab die durchgeguckt, hab nichts gesehen, bin wieder weggegangen und dann lag vor security lag Benni bei security, zuletzt habe ich ihn bei weapons also der muss gekillt worden sein, während ich gerade auf die Kameras geguckt habe deswegen habe ich es nicht gesehen also zuletzt hatte ich ihn bei weapons gesehen aber da seid ihr beide drin gewesen, auch du und in dredging also der, also, also Benni liegt, ähm, wie gesagt der liegt in dem Gang neben, rechts neben security okay, Benni habe ich, Benni habe ich auch mal gesehen, äh, unten links boah, keine Ahnung ich glaube so 20 sekunden bevor der Kipp passiert ist also ich war jetzt mal oben da bin ich halt nach rechts gegangen also entweder entweder der, der, der Killer hat Glück gehabt dass er mir nicht entgegengekommen ist oder der hat ihn gekillt und ist unsichtbar geworden weil das muss wirklich knapp gewesen sein naja gut, aber ich habe auf jeden Fall leider nichts gesehen deswegen also wenn es erst sehr kürzlich war, dann würde ich weil ich war gerade oben rechts und Drop2 kam dann auch dahin ins Level das war es noch nicht absolut, absolut, das ist 10 Uhr 15 Sekunden max her nein, ich fahre ein Appen mit der ganze Zeit Nico schwindelt wieder mal hä, nein, du warst nein, ich war mit dir da oben nicht, wenn ich da vor durchgelaufen nicht mehr lügen darf man hier ne, hä Reggie, wo warst du denn? äh, ich war am Ende in, äh beim Office beim Office, aha ja, ich war gerade zu dem Weiters gehen also genauso wie im Office was, was für eine Grafik war denn da oben rechts im Office? warst du am Ende beim Office? Okay was für eine Grafik? was ist denn im Office Room oben rechts? das merke ich mir? ja, schon was soll denn, ich war, okay ich bin aber auf was vorbeigelaufen ich bin hä? ja gut, also ich sag mal für mich sind Xehan oder, oder Dings, Reggie als einzige möglich, aber das heißt noch nix deswegen Skip ok sehr gut sehr gut sehr gut gut, aber wir haben die Tasche eh auch gleich voll ah ne Fixed Wiring habe ich noch zwei Stück das heißt nach dem taucht nochmal irgendwo eins auf ja, ok wo müssen wir denn jetzt noch hin? ah, ja, ok das ist ja angenehm das ist ja sehr oh, ein schönes Muster ja, dann haben wir alles dann haben wir alles und können jetzt ein bisschen ermitteln also wie gesagt Xehan und Reggie sind für mich sass wenn es keiner von beiden ist, bin ich verwundert ok, die zwei wissen wir schon, dass sie tot sind, ne? oh wussten wir nicht Nico is dead ich hab die ganze Runde niemanden gesehen ich hab nur alle am Anfang gesehen ja, Tim ich bin einmal ums Office-Ding herumgelaufen im Uhrzeigersinn ja und dann lag Nico da tot rum aber ich kann euch nicht sagen außer halt euch alle kurzzeitig nicht gesehen ich bin hoch ins Laborator und hab da meine Tasks beendet also ich bin durch also ich bin aus dem Office nach links rausgelaufen war bei Communications und bin wieder zurückgelaufen hab ich an den Admin-Table gestellt und auf jeden Fall gesehen, dass zwei Personen in Admin waren also im Office waren also ich und noch jemand anders ich vermute mal, das war dann wahrscheinlich schon Nico, der tot war also der Kill muss da schon der Kill muss relativ gut passiert sein weiß irgendjemand, ob da ein Vent ist? in Office? ja, unten links unten links beim Admin-Table ist ein Vent aber da kann ja nicht die Leiche gelegen haben weil da war ich ja da stand ich ja da ist einer ich bin nicht immer ins obere Teil also ich weiß nicht, wo der genau lag aber ins obere Teil vom Office bin ich nicht wieder hab ich nicht wieder betreten also ich war grad im Laboratorium war grad auf dem Weg ins Office aber wo warst du als letztes Xeran? äh Specimen Room ich war grad auf dem Weg nach oben und bin beim oberen Specimen Room und war im oberen Ausgang und macht da grad die Wires also ich wär gleich im Labor gewesen quasi du warst der, der letzte Runde bei den Kameras den Kill gesehen nee, du hast ihn nicht gesehen du hast den Toten gesehen ich hab ihn nicht gesehen aber ich hab den ich hab den Toten reported genau ich will auch dazu noch kurz anmerken ich hab nur reinen Task 1% ja, du hast recht die Tasks sind auch fast durch also Xeran hat 1% Chance aufs Self-Report aber content redet nicht das ist schon mal ein gutes Zeichen ja, ich hab gesagt ich hab geredet bin ich mute? nein jetzt hören wir dich jetzt nicht mehr nein, ich hab doch gesagt meine Tasks sind fertig äh, okay das haben wir nicht gehört ja siehst du also gewinnen wir über Task oder was? ja, also theoretisch ich bin durch also ich würde jetzt geboten okay okay ich vote ich hab alle können geboten ach schade äh, geil gewesen ja, aber das wär Quatsch weil ich bin's halt nicht so gut gut die Frage ist jetzt mit wem bleiben wir zusammen dass die Tasks durchlaufen weil beide können's ja nicht sein und ich bin ja auf alle beides sass okay cool okay cool what the heck ja, nice gg reggie, wie lange brauchst du um zu checken dass du Nico killen sollst ja, aber wirklich mein Gott ich hab's einfach getan ja, das fand ich gut ja Jo, hattest du wirklich das nicht gesehen dass Reggie mich gekillt hat doch ich hab ihm ich hab ich hab Reggie dreimal mit meinen Bewegungen verständlich machen wollen dass er dich killen soll und dann bin ich und dann bin ich erst abgehauen ja ach man ja ja ich war mir auch zu 90% sicher als es Reggie war aber ich ich wusste schon ja ich wusste schon davor ich hab versucht zu helfen aber es ist einfach mega schwer nee das Ding ist halt wir mussten ihn halt gar nicht rausvoten weil wir über die Tasks gewonnen haben deswegen ja bis abend sag ich jetzt mal wieder Kromit sein danke und dann wart ihr alle halt oben rechts und dann kann ich auch nichts mehr machen dann hab ich gesagt hier kommt bevor ich jetzt noch zwei Minuten eurer Zeit pasche wenn dann mach ich mal meine aufgaben am ende habe ich Reggie mit meinen Bewegungen versucht erkenntlich zu machen dass er mich töten soll aber hat auch nicht gemacht so ich war ein bisschen verwirrt ich dachte du was der der dich hasst machen musste nee mein gott weißt du wie schnell ich 4 wires connected hab das hatte ich in 5 Sekunden durch dann hab ich ja noch geidelt ah ich sag du warst auf dem Weg dahin nein nein ja rennt er da 20 mal an die Korinther den ich schreibe wo ich so eine jetzt kille doch 300 Jahre später das wäre geil gewesen wenn du mich hier hättest auch zu sehen hätte Nico direkt dich reportet und gesagt übrigens Conan du bist eventuell wieder mute nee echt achso ja ok ne jetzt hören wir ich also alles gut vielleicht hast du auch einfach nur ich geredet ich habe nicht geredet ok gut alle da ja alle ready ich habe getan was ich konnte ja wirklich sesam öffne dich man muss ja auch mal für die Fans spielen ja genau ok ok starten wir wieder hier ich habe ganz vergessen was man hier machen kann ach doch diese dieser Asteroidenscheiße ja ja Asteroidenscheiße gemacht gucken wir mal ob wir jemanden einsamen in Spaceman finden das wäre doch ganz gut fuck ok ich muss auf ich muss auf shapeshifter gehen ok ich wollte gerade tatsächlich zum report button gehen und also zum emergency button gehen und sagen dass sowohl Robju als auch Betty safe sind weil ich die beide gescans gesehen habe aber dann halt das Ding los Robju wirkt sehr safe ja warst du denn am Ende warst du denn am Ende im office Reggie ja ich stand am button ok gut ich wollte erst um einen Löffel gehen aber dann dachte ich nee ich drück sofort den Knopf ok also warte wenn du ähm wenn du sagst Robju und Betty war mir das genau ok also der wie lange her wie lange ist der Kill ungefähr her nicht lange oder wo war denn überhaupt die Leiche also der liegt unten in Spaceman und vorbeigelaufen ist mir glaube ich Kronen ja gut aber ja ich bin nicht bei Spaceman auch also ich wollte nur sagen ich stehe gerade am admin table also schon seit 10 Sekunden oder so und es waren gerade alle an einer nicht markierten Location außer eine Person in äh in office das war dann Reggie und ich in admin alle anderen waren an einer Location die auf admin nicht auftaucht also irgendwo dazu knallt ja ne ich war gerade bei diesem Reaktor Dinges bei dem Rechten ich war auf dem Weg zum Reaktor nachdem der losgegangen ist und dann habe ich aber noch auf dem Weg so ein äh so ein Labyrinth Dings bei diesen Stangen gemacht was aus dem Boden rauskommt ja und Robju gekillt hast du ja noch ne ne eiskalt das nicht ruhig das war für die nicht eindeutig genug okay Das war so schlecht rausgeredet, aber gut. So. Das war so schlecht rausgeredet. Lol. Ja gut, das soll mir recht sein, wenn das funktioniert. Warum nicht? Mach mal den Spaß doch gleich wieder. Begegnet mir nur leider niemand. Ist nicht so gut. Und wir haben es wieder ausgemacht. Naja, mal so tun, also ob wir gucken, ob schon jemand tot ist. Nein, natürlich nicht. Welch Überraschung. Welch Überraschung. Xean. 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 der engel der engel war aktiv insane aber nicht nochmal da war wieder benny hat er das gesehen ich habe ihn dir ich habe nicht benny gesehen aber wenn die hat warum was was ist da los ja das nicht gesehen der ist auf den kameras hat jetzt neben sich also die kameras und die haben auch und ich war hinter mir aber er hätte glaube ich auch vorher hinlaufen können ich hatte dich getrackt weil ich dieses zwecker dinges ab und dann war war ich eben an denen na wie heißt es weitels und dann habe ich gesehen dass krean gestorben ist und dann bin ich dir hinterher gelaufen also richtung oder wo du halt die ecke und dann sind wir zusammen hoch also ich war nicht vorher beim bei den kameras wo ist denn die leiche bei den kameras richtig verstanden habe ja und auch wenn ich dann einfach rum ja aber 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 benny ist ja safe benny ist ja safe das heißt er hat wirklich nicht gecheckt hey wieso ist benny safe weil ich ihn eben noch bei den gescannt gesehen habe benny und robbie sind 100 prozent safe und robbie ist jetzt weg deswegen er hat es wirklich nicht gesehen scheinbar ich habe das nicht verstanden warum wenn ich safe ist weil er rechts vom laboratory da ist ja dieser eine scanner und man sieht ja wenn man die tasse macht und ja ich habe gesehen wie er halt auf dem ding war und ach so ok 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 alles klar genau so habe ich auch gesehen wie er gescannt wurde aber der ist ja kurz danach gestorben also wir können das fertig machen denke ich mal aber ja also ich bin durch ja ich habe nur noch einer ich auch ja ich will es gibt aber schon etwas zu ihr und alles ja verdammt digital die die tasks werden mich jetzt gleich gehen weil ich müsste noch zwei kills machen das schaffe ich nicht wir brauchen noch eine task mehr wir brauchen definitiv noch eine task mehr wird jetzt auch nicht zufällig jemand hier unten langlaufen ich glaube ich glaube das verliere ich über die tasks schlecht aus aber dass das benny das nicht mit ich habe ihn ja gar nicht gesehen ich habe ja gar nicht realisiert dass er da ist und oh mein gott ich dachte ich das war's aber ne beide male hat mich benny anführungszeichen geschützt ohne es zu wollen scheiße ich krieg keinen ich krieg keinen kill mehr da oben kann ja auch niemand mehr sein wäre auch komisch gewesen ich krieg keinen hat mir ich trage mich «kannung» ich kriege dich «kannung» ich kriege dich «kannung» ich kriege dich «kannung» ich bin ich ich kriege mich «kannung» ich bin ich gut aus ich hab den kill gesehen aber ratet einfach mal lustiger so du standst da jetzt einfach rum du standest bei benny und dann war er tot wir waren jetzt halt alle dann dort aber feit und ich sind gerade erst vorbeigekommen ja nach meiner fünften runde um das haus ist es eigentlich naikon oder reggie was hast du gemacht du bist einfach das haus gelaufen ja ich wollte so lange darum laufen bis was passiert und dann ist was passiert kann es bestätigen dass feit und das haus mehrmals rum ja ich auch ich bin ihm hinterher gelaufen ja und wer hat jetzt nicht gekillt es müsste ja eigentlich konnen gewesen sein aber warum hat konnen sind gilt wenn denn gerade ja alle waren also es ergibt irgendwie alles keinen ich will einfach mal konnen ich wollte ich nicht gut macht spannender ok ja cool kill cooldown ist halt ne aber ich kann den hier machen jetzt könnt ihr nämlich nicht drücken ich finde es gut wie der einfach vor deinen augen gekillt wurde reggie aber du nichts sagst ja das wäre langweilig gewesen ja ja dachte ich kann welche vielleicht irgendwie blamen aber der ist vor allen dingen ich bin so ungefähr zehn sekunden am rumhampeln gewesen vor benny weil ich irgendwie seine aufmerksamkeit von den scheiß kameras haben wollte weil ich genau mir genau gedacht habe dass gleich konnen kommt und entweder ihn oder mich gilt ich bin so erschrocken ich habe denn ja nicht neben dir gesehen ja ich gehe hin kill ihn sehe da steht benny denkst du scheiße ich bin trotzdem abgehauen ist passiert es wird nichts es wird nichts reportet ich denke so was ist los ich habe neben dir jemanden abgelaufen so mit den händen gewählt und wollte aber benny saß da mit airpods drin und 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 augen an die an die kamera gegeben und er hat nichts mitbekommen es ergibt einfach überhaupt keinen sinn aber ich habe auch wieder aus dem poste sich das gefühl die tasten ein bisschen zu schnell ich finde jetzt nicht ganz gut ok reicht dann auch irgendwann wenn es war jetzt klar dass du im post stop ist nachdem er herrlich gewohntet haben hallo hallo ja das war die einzige chance auch irgendjemanden umzubringen ansonsten wird ihr mit den tats durch gewesen ok wollte noch eine runde wir sind bei 47 minuten ja eine geht noch ich bin im poster ok wir starten bei elektrischer weil das der langweilige download ist und dann müssen wir hier runter ok laschen wieder abfüllen so dann können wir hier rein gehen den download beenden ja gut ich bin jetzt in einer runde schon mein tasks durch also irgendwie sind die echt bisschen wenig aber wenn sie sagen es ok ja gut ja ksehan ist im poster das würde ich auch vermuten moment wo war der kill wo war der hallo hallo im linken an dem linken dinges reaktorteil ok an dem linken weiß mich ok äh konnen kannst du bezeugen dass ich gerade an den weapons stand naja jetzt gerade ganz zum schluss ja aber die reaktor geschichte war ja weit davor oh doch ganz zum schluss jetzt ganz zum schluss gesehen haben das war ich will darauf hinaus das war ein shapeshifter ok 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 also als ganz zum schluss war dann ok ok also als ganz zum schluss war dann ok Conan kannst du bezeugen dass ich da stand bei dem weapons ja es war Conan auch also Conan war Conan ist raus Xehan ist raus und äh Nico ist auch raus und ich bin auch raus also jetzt ganz zum wir haben uns beide gescannt und wir haben uns auch beide gegenseitig gesehen jetzt ganz zum schluss war ich war eine verdammt lange zeit mit benny zusammen in seismic äh ne nicht in seismic in specimen room und benny und es sah so aus als hätte benny da ein task gemacht also ich würde wenn wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste er Robjo nehmen nicht einsortiert ja gut also ich weiß halt jetzt nicht ob es wirklich relevant ist Xehan so kurz davor warum hat doch weil weil ich und äh Reggie vor vielleicht 5 Sekunden Xehan von diesem Reaktor-Dinges weglaufen haben sehen 5 Sekunden Xehan und ich sage das war ich nicht kann man da ich meine da ist zwar ein Wend aber man kann nicht so schnell nach Weapons wenden ne so schnell geht es nicht ne ne das muss ein Shapeshifter gewesen sein ja und damit sind jetzt halt auch weil wir bewiesen haben dass es ein Shapeshifter es sind auf einen schlag vier Leute clear und ich sag benny ist auch clear also es ist Robjo ne ich weiß aber nicht ok also wenn es Robjo nicht jetzt boten wir wenn es Robjo nicht jetzt drückt gleich jemand in den Knopf dann boten wir Benny raus also es ist so oder so gegessen das Ding ok ok ich folge der Schlussfolgerung er wehrt mich nicht erhebt danke Benny ich hab nicht gemacht ich war es nicht das war eindeutig Xehan ne man muss den Shapeshifter auch nutzen und sich sehen lassen ja also das war also ich sag es mal so wenn das nicht jetzt eine ungünstige Situation gewesen wäre und wir uns alle klären konnten wäre das ein ziemlich guter Play gewesen ja das Ding ist die hätten mich sehen müssen und da hätte ich noch so 3-4 Sekunden vielleicht mehr gebraucht damit das vielleicht gepasst hätte dass Conan dich sieht aber das kann halt nicht es hätte halt keiner mich sehen dürfen das ist das Ding also das war halt ungünstig dass Conan mich klären konnte weil er mich halt also den Echten mich halt gesehen hat die Gefahr war zu groß dass ich konnte nicht nehmen weil ich ihn vor noch gesehen was heißt der sich doppelt sieht ist ja auch doof also wieso ist Veit jetzt wieder rot kann man das jemand sagen ich mach gar nix ich mach gar nix ich hab gar nix gemacht ich hab nur zwei Bier gedrochen das ist mir Zeit verwirrend das hier immer die Farbe wechselt ja aber das tun wir ja nicht mit Absicht ja das nicht ne das nicht könnt ihr beide mal eine andere Farbe nehmen als blau und rot ich glaube das ist wahrscheinlich das Problem der Conan hat mal schwarz was ist das Problem hehehehe was hatte ich denn von Conan 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 war ja sonst immer grün oder so ne der war grün er war violett er war violett ne violett stimmt sorry war er nicht immer blau war ich violett ja du warst du hast die Farbe die rutschwert hat also hattest du warte mal ich geh mal auf die Farben ja stimmt er stimmt nicht wieder so lila war ja 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 er war violett ja ja aber schwarz war Conan auch schon mal ich kann auch grau sein weißt du doch nicht er war aber meistens meistens war counter schwarz ja ich erinnere mich ja das ist richtig das ist richtig ja solange nico irgendeinen rothorn hatte wenn ich bin ich fand damit ja ich wäre gern rot aber naja ich probiere es jetzt nochmal vielleicht klappt es ja jetzt rot rot ja das war doch doch solange ich mein türkis kriege es also äh 53 Minuten ich denke wir können den Part beenden ne alles klar sollen wir noch ne Runde starten jo ok dann danke fürs zuschauen im nächsten Part gehts weiter tschüss 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 tschüss